So, und ich bin wieder da. Keine Sekunde vergangen. Achso, ich wollte dir noch sagen, dass du hier hinten Holz machen musst. Hier vorne. Weil ich hier wohne, muss denn auch Zäune hin, sonst fallen die runter. Ja, können sie schon runterfliegen. Achso, und... Ja, ich habe jetzt vor, erst mal hier überall unser ganzes Erde hier hinzutun. Ja, noch mal drüber. Und wenn die, äh, alle gespawnt sind, würde ich das hier dann alles wegmachen. Keine Mockerung. Dann würde ich hier alles wegschaben, außer das hier vorne. Weil Erde ist ja wichtig für uns, Bonge. Äh, Terminator. User joined your channel. So, eigentlich. Kaum, ich kann nicht. Nee, nicht hier, 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 nicht hier. Ja, ist mir jetzt gerade auch oft gefangen. Bitte, bitte. Du bist so, ey, oder? Du hast doch gesehen, dass ich hier... Ops, ich hatte den X-Tratz jetzt. Open. What I going to do? User disconnected from your channel. Wieso nennt er mich Hose? Dann antworte ich denen er es nicht. User joined your channel. Das ist der falsche Ding. So, eh nicht. Hä, fragt ihr jetzt gerade, was der hier machen kann, Robert? Der, der Armee. Ich bin jetzt nicht, wie du meinst. Der X-MAR-MR-Mister-Lolz. Achso, ne, ich hab mich zu den teleportiert. Ne, ne, der hat gerade davor was geschrieben. Achso, da. Das verstehe ich irgendwie nicht, dass dieses, dieser Satzbau sieht irgendwie voll. Dann will ich es irgendwie zu dir auch. Warte, guck mal. What are I going to do? Are I going... Ja. Das ist klar. Das ist besonders. Ja, aber das ist irgendwie voll komisch gestellt. Entweder kenne ich diese Stellung nicht. Ah, äh, what are I going... Nein, ich nehme seine Anfrage. TP, DM, TP, TP, tog. Ach. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Geh mal ganz kurz in Game Road. Ich? Ich. Komm her. Seh dich mal da oben hin. Das ist es siehst. Kennst du das? Achso. Tu den der ja mal da rein. Habe ich schon. Ich habe angenommen. Und jetzt guck mal. Bin ich mal ganz auszusehen, aber einmal. Ups. Da ist glaube ich, was passiert. Da kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern. Achso, er will nochmal. TP, A, C, T, T. Tink. Nein, jetzt habe ich aber weg gemacht. So, nö. Und das ist jetzt die ganze Zeit, ich kick die, wenn die herkommen. TP, top. Ähm, ja, jetzt habe ich das Zaun-Tor gelögt. Ja. So, okay, das reicht dann hier. Äh, ja, du musst dann halt noch da, das Zaun-Tor und das Holz hin tun. So, ähm. Was ist das? Was ist das? Ich habe nicht in den Hunger Games. Mit Strom. Es regnet. Es regnet. Da kämen wir auch nach. Die Hu. So, ähm. So, 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 ich sage immer so. Warum? Und dann, wenn ich jetzt die Portfolio hingesetzt habe, mache ich, ähm, mach kids, dass ich extrem fühle. Was hast du schon gesehen? Alter, guck dir das mal. Guck dir die Mach. Ja. Die töten, die töten sie hier extrem. Wir brauchen wirklich... Oh, das war's. Sie sind verrückt. Äh, wir brauchen eine automatische Sortierungsmaschine, Kevin. Autsch. Extrem viele Mops. Extrem viele Mops. Wir brauchen das, Kevin. Ohne die, äh... Brauchen wir einen Bubi, der das immer sortiert. Das kann doch die Gäste machen, nein, Schwarz. Und das will keiner machen, wie gesagt. Ich habe mir mal ganz kurz ein Kit geholt, das darf mir sonst zu fangen. Jetzt komme ich! Und wisst ihr wie all-walk-forward erst das schwart war? Da hast du 1-Hit bei den Playern gemacht. Das hat Schärfe 1, Stärke 1 und das hat erst Schärfe 5. Ich geb das aus dahin. Autsch, Kevin. Ich will nicht damit eingezogen werden. Au! Wo stehst du denn? Ich bin hier voll weit weg und du sprengst mich hier... keine Ahnung. Komm, spiele Quartz! Ich will eben auf den Top... Top 5 kommen. Kevin, ich bin fast gestorben. Na dann. Zum Glück werden meine XP nicht gelöscht, weil ich ohnehin bin. Ich bekomme kaum Schaden durch das Kit, ne? Du hast das Kit. VIP-Kit. So. Also ein bisschen kleine Werbung, also es lohnt sich VIP zu werden. Mit diesem Kit gewinnt ihr immer. Dammstrengung von mir auch. 26 Flaschen. Bam. Papapapa. Nein! So. Und schon wieder sag ich so. Und ich weiß jetzt nicht mehr, was ich machen soll. Karoppen. Ach, diese ganzen Bögen, ey. Wie viele oder acht Leute sind online? Sollen wir verschenken gehen oder... Nein. Hast du drauf Bock, nein, oder? Ja. Ja. Lass mal die... Mal vollwerden. Lass mal Redstone und so bekommen, damit wir endlich mal alles automatisieren können. Ich versuch's mir nochmal jetzt, ähm, mit dem, mit dem hier, mit dem, der ist Spender da. Ja. Au. Zack. 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 Boah. Naja, der nervt ein bisschen. Das soll sich jetzt austoben. Was, was wär was? Was hat er gemacht? Was sagt, dass wir, ähm, welche treuen? Sind ja auch nur ihn. Boah. So. Automatische Cobblestone-Maschine. Mit so'n Pistol. Wär nicht schlecht. Aber die Pistons, ne? Wir müssen die Aufgaben alle mal machen. Kaktus-Farmen, die hatte ich doch. Kürbis-Farmen hatte ich noch nicht. Pilz-Farmen haben und... Ah! Das wär dann auch unser ne... anderes... neues Projekt gewinnen. Was? Ja, die Pilz-Farm zu bauen. Da würde ich mir aber so'n riesen Lagerhaum bauen. Damit, ähm... Damit wir da so'n paar Pilze anpflanzen können. Und nicht nur einen. Oder unterirdisch, damit man das nicht sieht. Weil das sieht etwas hässlich aus. glaub ich dann. Weil bei 3 so... Was für eine, ähm... Lichtding da, äh, die Pizze brauchen, um zu wachsen. Was? Ja, die Saison. Ja, die Saison. Diese großen Dinger da. Sehr dunkel. Ja, okay, dann können wir das... Ja, dann ist ja auch noch ne' Wand bauen. So, mein, äh, mein, das muss... Doc Finster sein Klapper. Na, ich bin zu dumm, um ein Spender zu machen. Vielleicht brauchen wir Redstone. Das wär dann die nächste Hölle. Wie so komm ich nicht um den Top 5. Bei mindestens doppeltisch und killt. Weil du vielleicht wieder logen musst. Da wär das, dass du heute noch gebannt hast. Also Kaktusorma, CC... Kaktusorma. 7... Oh, nice. Lol, Kevin, Kevin, Kevin. Wir müssen nur noch... Äh, circa 40... Ja, genau 40... Kürbisse machen. Dann haben wir normal freigeschaltet. Außer Pilz. Ich glaub, da muss ich was machen. Äh, kannst bitte Wasser einmal holen? Jo. So, da... Ich hab nämlich ne... Ich versuche jetzt ne riesen... Kürbisfarmen zu machen. Weil dann können wir endlich mal dieses ganze Schrott von den Monstern verkaufen. Als, äh, Monsters-Lehrding da. Wo sind da was einmal? Keiner... Also... Der ist in der... Eisenkiste, da wo das Eisen ist. Nee. Das ist nur ein Monster. Da. Ja. Dann... Du sollst sie mit Wasser holen. Jo. So. Voll. Du bist super weit geflogen. Da ist doch mal ein paar Sachen los. Da... 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 Oho... Uh, Wasser... Und ich hab wieder so gesagt... Oh... 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 T... 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 T-T... T-T... T-T. Strichlösser aber wie oft du das sagst so 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 ein Schwert kommst du denn her wo kommt ihr denn her ihr Zombies haben wir eigentlich Rechte für Kitt unendlich ne aber auch nicht weg machen aber sollten wir nicht lieber machen ich habe nur mit einem Kit VIP genommen wegen das Schwert und ich habe wieder gesagt oh mann alter ich muss mir das wirklich abgewöhnen aber ich werde es trotzdem sowieso so so immer so sein oh oh ich glaube das ist keine ich finde das ist keine Dinkster Farm geworden sondern eine Monster also keine Spaß die machen vorm hier ne das ist keine das ist eine Wattfarm geworden Autsch ja mann ich ja die macht vorm hier das nicht mehr so bäm und bäm dann besonders auch hier hinten auch dass er von allen Ecken angriffen sind ich ist die Schilder dabei und das ist glaube ich perfekt perfekt wie geteilt das okay erkennt kannst du dann immer die kürpisse dann abfahren wenn du siehst mach ich dann auch immer wenn ich sehe ja und ich hab wieder so gesagt und weiter geht es mir jetzt keine ahnung und ich nehme schon wieder zu lange auf das ist mir gerade egal weil es mir egal ist Kanzelknochen mitbringen oder hast du zufällig Knochen mehr oder Knochen mehr? Knochen noch mal durch Mordelius Knochen mehr Oma Carita hat er mit dem Zauberger bestellt so nein nicht so ja wieso irgendwie raff ich das nicht mit dem Mordkilz ich hätte gerade fast so gesagt ich hatte jetzt gerade 10 Samen und jetzt habe ich daraus 14 gemacht yeah Proben so und das jetzt nein nicht so da mache ich das noch das letzte Mal und dann müsste ich äh gelübt habe ich habe ja nicht genügend Knochen mehr Kevin ha hast du noch mehr? ne ich muss das ein paar Fischer noch töten ja dann gehe ich das aus der Kiste holen weil da haben wir ja gelügend von der Sorte Mopkits da steht es drauf aber das ist keine Mopkits Kevin ja verstehe ich jetzt gerade auch nicht obwohl es eingestellt ist äh was machen die da gerade? eine offline online Demonstration oder sowas? sonst ist ich freuen oder ist das etwa der Bug mh aber die, 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 die in den Teamsweg mit der Widerung schreien User left your channel hä? Leute, wir wollen unsere Channel ach so, das TV ist heute was das war im nicht das war im jetzt war ich einfach auf die Kürbis glaube ich aber ich glaube das mache ich auch während wir nicht aufnehmen oder machen wir das dann auch während wir nicht aufnehmen die Kürbisse abfahrend das schon einiges ist das dauert extrem lange also wir tun dann immer fahren und wenn wir online sind also nicht aufnehmen YouTube online sind ja was man jetzt eigentlich ich glaube ich beende den Part und wir fahren dann die ganze Zeit einfach und machen nichts anderes dann tschüss Leute ne Jo